hallo meine freunde ich bin es wieder euer ando ich grüße euch wir machen heute mal eine französische tomaten suppe und zwar habe ich die gefunden in einem kochbuch was ich geschenkt bekommen habe und zwar von einem klassenkameraden dessen vater hatte damals ein restaurant hier in köln gehabt dieses nannte sich beim franzosen und er hat geschrieben in seinem kochbuch dass er zum beispiel auch eine tomaten suppe gemacht hatte und dass die gäste halt diese wirklich sehr gerne gegessen haben und das habe ich halt jetzt zum anlass genommen diese einmal nach zu kochen die ist recht einfach aber soll wohl auch sehr schmackhaft sein also dann würde ich sagen nehmen wir auch direkt los für die tomaten suppe brauchen wir 500 gramm tomaten etwas frischem basilikum pfeffer und salz und creme fraiche ja dann fangen wir auch direkt an die tomaten zu vierteln die werden nämlich jetzt gleich noch püriert so dann sind wir auch eigentlich schon so weit denn so viel arbeit ist das gar nicht ich habe jetzt hier auch das basilikum gehackt klein geschnitten wie ihr gesehen habt davon werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen hier rein geben das das sehen wir jetzt pürieren ich bin besser doch in schüssel zumal das hier spritzt mir zu viel so 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 soweit ist das jetzt fertig das kommt jetzt in den kessel und das lassen wir jetzt ganz langsam köcheln so 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 das reicht so 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 die suppe ist schon schön am köcheln kommt jetzt noch hier das klein frech dazu so so dann kommt salz pfeffer so so dann ist die suppe jetzt auch eigentlich schon fertig ich haue da jetzt noch ein bisschen pfeffer rein so so dann ist die suppe auch schon fertig schön eine große portion für mich dann ich habe den beeren Hunger so 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 dann kommt dann noch ein kleiner klex crème fraîche obendrauf Ja, dann habe ich noch ein bisschen Toast dabei, gerade aus dem Toaster geholt, als kleine Beinagel. So, eine kleine Garnitur. Ja, und schon ist die französische Tomatensuppe fertig. Ja, ich haue jetzt rein. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wenn du möchtest, kannst du ja den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, oder einen Daumen nach oben. Ja, dann wünsche ich mir jetzt mal einen guten Appetit und sage bis bald, euer Ando. Ja, dann wünsche ich mir jetzt mal einen Daumen nach oben. Ja, dann wünsche ich mir jetzt mal ein Daumen nach oben.